Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Womöglich haben wir in diesem Dämonen einen gemeinsamen Feind. Kämpft ihr etwa allein gegen die Dämonen? Es ist sinnlos, die Dämonen zu bekämpfen. Es kommen immer noch mehr von ihnen und ich habe keine Möglichkeit, die Risse zu schließen. Ich habe aber von elfischen Artefakten gehört, die den Schleier erfassen. Sie könnten uns verraten, wo neue Risse entstehen werden. Ich hatte jedoch nicht mit so vielen Dämonen gerechnet. Ich glaube, eines der Artefakte ist ganz in der Nähe. Könnt ihr mir helfen, zu ihm zu kommen? Es kann vermutlich nicht schaden, dem nachzugehen. Habt Dank. Es sollte eigentlich nicht mehr weit sein. Danke, dass ihr mich begleitet. Ich glaube nicht, dass ich es allein geschafft hätte. Gehen wir weiter. Wir werden konzentrierte magische Energie brauchen. Kriegt ihr das hin? Eine Wiese! Was für eine Art Feuer ist das? Ich habe hiervon schon gehört, es jedoch noch nie zuvor gesehen. Man nennt es Schleierfeuer. Es ist eine Art empfindsame Magie. Die Erinnerung an eine Flamme, die in dieser Welt an Orten brennt, an denen der Schleier dünn ist. Was für eine Welt ist der Schleier. Ja, die Schutzzauber stärken den Schleier. Dieses Gebiet sollte für Reisende jetzt sicherer sein. Die Runen reagieren irgendwie auf die Flamme der Fackel. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Er erhebt. Er hat sich in die Luft. Er... 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 Er...